Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Freitag, dem 12. Februar 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 953. Heute mit den folgenden Themen Clubhouse-Klon, iPad-Apps, Palmer, Surface Duo und Alexa. Zuallererst kommt Facebook wieder mal. Ja, der liebe Herr Zuckerberg hat wieder mal die Kopiermaschine angeschmissen. Oder parallel, natürlich, komischerweise, gerade jetzt arbeitet er an einer Audio-App für das eigene Facebook-Universum. Ziemlich komisch, da soll es Audio-Chat-Räume geben und solche Geschichten. Ja, verwundert eigentlich nichts mehr bei Facebook, nachdem sie die Stories von Snapchat geklaut haben. Die Reels, oder nee, die die TikToks in Reels gemacht haben und so weiter. Kommt jetzt halt das nächste und das ist, wie gesagt, ein Clubhouse-Klon. Weiter geht's mit Neuigkeiten aus dem Hause Apple. Für Entwickler bringen sie nämlich neue Workshops online. Schon in der nächsten Woche startet das Ganze, geht über bis in März. Da werden einzelne Entwickler eingeladen zu kleinen Meetings, kleinen Workshops, wo ihnen gezeigt wird, wie man eben die iPad-Apps auf den Mac bringen kann. Ähnliches haben sie im letzten Jahr schon gemacht, oder wie gesagt, Anfang des Jahres. Ich weiss nicht mehr genau, wann es war. Damals ging es um Widgets, um App-Clips und eben auch ein bisschen im kleineren Rahmen auch um iPad-App-Portierungen. Weiter geht's mit auch wieder Apple und dem Film Palmer. Der hat im letzten Wochenende sehr, sehr stark gestartet. Hat einen Rekord hingelegt, wie es Apple TV schon bis anhin noch nicht geschafft hat. Das letzte Mal waren sie auf Platz 5. Das war im November mit On The Rocks. Nun eben auf Platz 2, respektive letzte Woche auf Platz 1. Und auch dieses Wochenende lief der Film gut. Unter anderem haben auch wir dazu beigetragen, denn ich habe mir den Film mit meiner Frau angeschaut und muss wirklich sagen, kann man sich anschauen. Sehr, 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 sehr ein guter Film. Auch wenn es eine traurige Geschichte ist. Dann gibt es Neuigkeiten für alle Menschen, die in Deutschland wohnen und schon lange ein Surface Duo kaufen wollten. Ab dem 18. Februar ist das möglich. Preise und alles andere könnt ihr nachlesen auf tele.tiktok.ch in den Shownotes und dem Podcatcher. Eures Vertrauens ist ein Link drin. Bei 1549 Euro beginnt es und alles andere geht es dann noch um drauf. Auch gibt es Neuigkeiten anscheinend für die Schweiz. So wie gewisse Einladungen rausgegangen sind, soll Amazon mit einem geschlossenen Beta-Programm in der Schweiz starten. Das könnte heissen, dass vielleicht bald schon auch die Alexa offiziell in der Schweiz verfügbar sein wird. Zu guter Letzt habe ich noch einen kleinen Hinweis. In unserem grossen Mutterformat im Geek Talk ist eine neue News-Folge rausgefallen, die 0721. Wer sie noch nicht angehört hat, darf dies gerne tun. Auch der Link ist natürlich in den Shownotes und Podcatcher eures Vertrauens zum Anklicken. In diesem Sinne, besten Dank euch fürs Reinhören. Jetzt geht es bald schon ab ins Wochenende. Euch derweil aber noch einen schönen und erfolgreichen Freitag. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.